Ja, ja, dazu braucht man nur sehr, sehr viel Zeit und sehr viele neue Leute. Die werden nicht so bürokratisch. Ich würde sagen, es gab viel Schwäche. Vielleicht, naja, Leute waren auch feig. Und dann kannten sie nicht die Juden, sie kannten nicht das Volk. Sie wussten nicht eigentlich, wer das ist. Man hat ja schon seit Jahren die bearbeitet, die Psyche, um zu sagen, da sind eben keine Menschen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020